Bemerkenswert, wie die Bäume überall wachsen können. Guck, und hier geht's. Ja, Schwarzwaldverein hat schon, muss man sagen, gute Weg gebaut. Muss man loben. Hier in diesem Sinne immer ein Lob an der Schwarzwaldverein. Wir waren früher sogar im Zeltlager, also wir waren neben Schwarzwaldverein, aber ich glaube, da ging halt ein Zeltlager aus. War auch immer wie zig, mehr Scheißbaut, wie zeltet, aber war auch geil. Ja, traumhaft. Der Boden gab jetzt hier voll nach, richtig, richtig wie quasi, ja, wie im Bett fast. Also da wäre schon eine gute Schlafgelegenheit, falls es doch hagelt. Ja, schöner Weg. Denn der Weg ist das Ziel. Und mein Weg ist mein Ziel, ätsch. Doch, da muss ich noch ein bisschen filmen, weil das liebe ich, wenn die Sonne so durchscheint. Das fühlt mich gerade echt wie in Kanada. Ja, hoffentlich wackelt das nicht so stark. Ich habe, wie gesagt, da null Erfahrung. Also, keine Ahnung, was für eine Videoqualität da auch rauskommt. Ich habe jetzt da auf höchste Mestung zumindest mal eingestellt. Und hier, schön hat die Naturbank, das ist, wenn ich jetzt Hunger hätte oder die Pause bräuchte, aber ich bin ja noch nicht lange unterwegs, bin ja irgendwie jetzt eineinhalb Stunden, nicht der Mann. So, ah, guck da, die Bahn, sicher, ah ne, das ist eine antike Pyramide, im Schwarzwald gab es halt auch Pyramide, dann ist sicher der Rest. So, drüben, ja, das sind immer noch zwischendrin ein paar Häuser, aber wir sind von Trieberg lang weg, was heißt lang, aber schon, ich filme ja mehr, wie das ich laufe. So, ich muss jetzt mal, ich glaube echt ein wenig mehr laufen, so, in diesem Sinne, oh, um das Eck geht noch, dann gucken wir noch die Pyramide an und dann geht's. Ja, die ist ja, die ist noch älter, wie die vor Ägypten, man sieht's, die ist ja schon ganz kaputt. Wobei, in Ägypten sind ja zwei, weil ein Erdkunde saß immer ganz vorne da, daher weiß ich das, so. Jetzt hier, ah, ist das, ist das geil. Ich liebe halt Felsen, so Singletrails und schöne Bäume und, ah, echt wie im Urlaub. Und hier so nah an der B33, also, das ist, wer hätte das gedacht. Ah, ja, weiß auch nicht, mir geht das Herz auf bei so Singletrails. Ein bisschen Filme, weil es so schön ist. Ja, ich glaube, ich mache da einen Zehnteiler. Aber, man glaubt mir, ein Spielfilm ist am besten draus. Ich hoffe, ich habe den Akku so lang. Ja, das wäre auch nicht schlecht, mir so ein, vielleicht brauche ich da echt noch so einen Ersatzakku. Also, see you soon in cinema. Jetzt aber. Punkt. Schönes Gras, schöner Weg, schöne Sicht. Denn Sicht ist Pflicht. Ich liebe halt so Felsen. Ich glaube, ich suche mir halt irgendwo Felsen, wo ich übernachte. Hier hat so viele schöne Felsen. Ja, bei Felsen ist es immer schön, weil da sind oft weniger Bäume. Somit hat man klare Sternehimmel, wenn es nicht bewölkt ist. Und ja, das ist dann echt magisch, wenn man dann im Wald übernachtet und hat noch einen Blick nach oben. Aber hier ist traumhaft. Hier ist schon ein Geröll. Das war, glaub ich, eine Swings. Ja, ja. Ja. Kleine Swings. Yeah. Wieder ein Durchbruch oder Durchgang. Wow. So schön. Oh, und wieder ein Bänkchen. Also, man könnte im Bereich theoretisch, aber ich lauf weiter, aber das könnte man gerade hier wäre ein magischer Ort zum Übernachten. Man könnte sogar auf die Bank. Boah. Boah. Voll schön. Der Oberfelsig. Wow. Oh, die Bank ist schon ein wenig morsch. Schaut euch das an. Oder wir sind ja in Peru. Schau dir das an. Göttler. Oh. Erbauer. Ah ja, also. Danke, Herr Göttler. Oh, da klettere ich jetzt aber auch noch hoch. Ah. Ja, hier ist easy, auch einhändig. Was ist das schon? Weiß nicht, hat der. Das ist ja. Ja, hier wäre ein schöner Picknickplatz auch. So was trinken. Ja, ist echt ein Traumplatz. Auch die Isomatte ist geil, die ist glaube ich vom Term Arrest. Ja, lecker. Lecker Hahnenwasser. Wobei da hätte ich eine Flasche mit Quellwasser, wenn es Quellwasser ist, aber ich denke schon von dem Brunnerwasser. So, was wollte ich auch? Ja, ja, Term. Ja, die zeige ich vielleicht nicht. Ah ja, sie ist hier. Und die ist normal länger. Und ich habe die aber. Die hat jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und die hat, glaube ich, vierzehn normal. Dann habe ich jeweils zwei abgekaut. Da habe ich quasi eins auf meine Cajon und eins so noch. Und somit, das reicht mir ja. Wenn man an den Füßen friere ich eh nicht. Weil wenn man barfuß läuft, ist man relativ kälteunempfindlich an den Füßen. Und wichtig ist beim, ja, dass der Rücken und der Arsch ein bisschen weich haben. So, hier, dann sieht man mich mal ganz. Gepäck. Ich bin hier. Ich gehe jetzt nach Timmelsbruch. Okay, hier ist es. Dann kommt gerade ein Zug. Oder ich höre ein Zug. Das riesige Sägewerk. Mitte im Schwarzwald. Ich laufe jetzt. Ich laufe jetzt. Ich laufe jetzt. Ich laufe jetzt. Ich laufe einfach zu. Ja. Im Film. Das stimmt nicht schon, Film. Oh, der Fels. Das ist echt geil, oder? Das muss man sagen. Blauer Himmel. Gute Laune. Wie geil. Före, Felsen. Blauer Himmel. Besser geht nicht. Ja. Jetzt laufe wir da hoch. So, das ist noch der Hammer. Ich mache jetzt leider nicht mehr viele Bilder, weil der Akku leer ist fast. Und das muss ich aber noch zeigen. Ja, ich wollte eigentlich noch dann. Vielleicht bin ich auch hier. Aber jetzt auf jeden Fall noch schöne. Vorne ist die Bahn. Schöner Sonnenuntergang. So langsam neigt sie sich. Nee, ist traumhaft. Also, falls jetzt dann fertig ist, ist es so. Aber ich gucke, dass ich nachher nach meinem Übernachtungsplatz filme. Und dann ist gut. Wow. So. Jetzt bin ich im Dickicht. Uralter Weg. Sicher 3000 Jahre alt. Oder halt ein alter Germaner Weg, denke ich. Und Tara, geile Lichtung. Und mein Nachtcamp. Yeah. Geil, oder? Klein, freien Rucksack. Das esse ich nachher. Hier, track and eat. Vegan, versteht sich. Das ist mein Kocher. Neu. Testen wir. Mit dem Tangrier aber halt. Ist auch trocken hier. Waldbrandgefahr. Aber hier, geil. Jetzt ein bisschen bewölbt, also schief wird es nicht. Jetzt dürfte eh bald der Akku ganz aufgeben. Ich sag mal danke. Und bis zum nächsten Mal. Vielleicht noch morgen früh. Jetzt mach es noch ein wenig gemütlich. Und pennen dann nachher lecker. So. Das ist geil. Und hier habe ich ein bisschen extra ein wenig weggespannt. Wer weiß, wie viele Gorillatus da heute noch durchkommen. Oder Ente. Ente sind ja sicher auch populär. So. Ja, ja. Aber so ist zumindest nichts verbaut. Für die Wildsauer. Also. Merci fürs Dabeisein. Bis denn. Ciao. So. Hier eine schöne Abendstimmung. Das ist halt doch nochmal, weil es so schön ist. Hier mein. Das Zeug. Kleinen Schlaussack. Ja. Pfeifezeug. Auch gerade wieder ab und zu pfeife. Immer geil. Mein Magnum-Messer. Black Metal Forest. Hier. Kochen oder kochen ich danach? Hm. 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 Gott schweig will ich nicht. Stochen. Holt genug. Hm. Hm. Ich brauche. Ist geil. Holy pipe. Ja. Hier noch. Wie gesagt. Da habe ich so Steine. Das hebt wenig. Dann halt da. Der ist aber stabil. Eiche. Ja. Besser geht nicht. Haha. Ja. Ich hoffe man sieht mich gut. Ja. Das muss ich mit dem Kamera handeln muss ich halt auch. Aber. Es. Ich mache jetzt fertig. Schönen Abend. Bis gleich morgen früh. Yeah. Voll geil.